Hallo, hier ist Günther von Scootertouren und heute bei herrlichem Herbstwetter waren wir nicht untätig und möchten euch die Touren für 2018 vorstellen. Die sind nämlich jetzt alle unter einem Dach und Fach und, wie ihr hier seht, gibt es auch einen Flyer davon. Die gibt es bei diversen Händlern vor Ort, könnt ihr sehen, oder bei mir hier auf der Webseite, könnt ihr anschauen. Es gibt also sechs Touren über das Wochenende bzw. das verlängerte Wochenende und das wären die Pfalz, das Allgäu, der Harz, die Tiroler Alpen natürlich, für die, die hoch hinaus wollen in die Berge. Dann haben wir das Erzgebirge, ganz neu und zum Jahresabschluss Mainfranken in einer Weingegend, wo es normalerweise sehr warm und trocken ist. Außerdem haben wir als Besonderheit wieder ein Perfektionstraining im süddeutschen Raum, weil eben das Gelände, das hoffentlich fertig wird, so sensationell ist. Selbst ich mache mich die 130 Kilometer von Nürnberg auf dem Weg, weil es einfach so toll ist. Und das gibt dasselten. Also, vielleicht sehen wir uns 2018 wieder, würde mich freuen. Bis dahin, tschüss, tschüss, euer Günther.